So, heute teste ich LEAF, das elektrische Auto, Automatik. Untertitelung des ZDF, 2020 Automatik. 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 Musik So, jetzt werde ich euch mal zeigen und testen. Hallo zusammen, heute teste ich Leaf Automatik. Das ist ein Nissan. Und ich werde euch zusammen mal ein bisschen zeigen von Linz. Und die Gäste. Also, bis dann. Ciao. Ja, nochmal. Und ich finde es. Also, 100% der Gäste. Da fährt du einmal frei. Super. Und die Stabilität ist auch 100%. Also, ich bin zufrieden. Und jetzt fahre ich hier auf Parkplatz. Dank Übel. Und ich werde euch bisher von Hause noch mal ein bisschen frei. Das ist ein Nissan Elektronik. 100%. Ich bin hier in der Stadt Batik. Ich bin 15, 20 Kilometer von der Stadt Eilenburg. Ich bin 15, 20 Kilometer. Und ich mache dort eine Erfahrung. Ich bin hier in der Stadt. Wenn ihr euch gerne möchtet, dann könnt ihr euch gerne kaufen. Wir sehen uns... ein das das design hier in in Es gibt auch einen guten Ort. Ich habe bereits geschlossen. ok eu vou abrir aqui para guardar os documentos tem um bom som esses box ai atlante mais come on e é só 2 1 2 3 1 1 2 2 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.